Olli macht seine Ostergeschenke auf von Omi und Yedda aus Bad Soden. Jetzt hat er was gefunden, das Papier. Ein schönes Top hast du gekriegt, Olli, wie süß. Das ist ein süßes Top. Und Olli findet das zweite Geschenk. Olli, was ist denn das? Was ist denn das? Viel interessanter ist das Papier natürlich. Aber das ist ja was Schönes, Olli. Was ist denn das? Ist das ein schöner Pullover von Omi und Yedda? Kannst du Danke sagen? Danke Omi und Yedda. Danke. Danke. Danke.